Und jetzt sind wir wieder bei FNAF 1 Rewired. Wir waren ja noch in der zweiten Nacht, das möchte ich mir auf jeden Fall gerne anschauen. Ich weiß nur nicht mehr, wie zum Geil ich auf die Kamera schauen kann. Oder kann ich überhaupt auf die Kamera schauen? Okay. Das hat sich jetzt erledigt. Wie kann ich wieder... Wie kann ich von den Kameras zurückgehen? Wie kann ich von den Kameras zurückgehen? Ich weiß nicht mehr, wie man von den Kameras zurückschauen kann. Toll. Das wird jetzt eine Katastrophe. Ich sollte nicht mehr auf die Kamera schauen, das wird jetzt ein Jumpscare werden. Das wird ein ganz fieser Jumpscare werden. Nee, ich mag das gar nicht. Das ist blöd. Oh, hi. He is walking with a purpose. Boah, der war knapp. Weiter, der war knapp. Wo ist die Taschenlampe? Ja, ich weiß, es ist ein bisschen dunkel. It's a little bit dark. Oh, ich will mich gar nicht so weit rumbewegen. So, warte. Kurz mal schauen. Chica ist noch da. Barney, haut ab. Okay, ich muss auf you gehen. Okay, er ist weg. 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 Nun, 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 nun. Er ist weg. Also, check on the curtain of the pirate's phone. What? Ah ja, stimmt. Was? Lol, der ist wieder zurückgemaschiert. Ja. Faxi muss ja aufpassen. Also, die sind noch alle da. Mein, ja, ich... Das wollte ich nicht. Da kann ich ein bisschen blinky-blinky machen. Wo ist Faxi? Wo ist Chica? Mein, Faxi, er kommt an, haben wir ein Problem. Aber, kann ich ja das machen. Ha! Barney... Okay, Barney ist der Einzige, der herkommt. Wie er marschiert. Nee, Kollege. Nein. Ich weiß noch nicht, ob Faxi auch von der rechten Seite herkommt. Das weiß ich nicht. Ja, er ist immer noch vor der Tür. Okay, er marschiert weg. Er ist marschiert weg. Weg, 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 weg. Ja. Man steht wieder auf die Stage. Und das war's. Wir haben es halb vier. Ha, 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 ha. Wir haben es halb vier, wir haben es halb vier. Was macht's ja jetzt, was macht's ja jetzt? Wir haben es halb vier. I hope. Da passiert jetzt nichts Schlimmes. Mach nochmal kurz zu. Nur zur Sicherheit. Okay. Es ist gleich vier Uhr und er macht gar nichts. Wie passt denn das Bahn jetzt her? Kommt, ich hab eh zu. Ich hab ja noch genug Strom. Äh. Was willst du denn? Hä? Was willst du denn? Und dann kommt er von der Richtung. Und jumpscapt mich. Das wär' ein bisschen blöd. Nee, nee. Da marschiert er. Und stopp. Aber. Oh, hi. So, wo ist er jetzt hin? Wo ist er hin? Wo? Ist er hin? Okay. Der marschiert. Weg. Aber. Wäh. Das war's blöd. War er in der ersten Nacht nicht auch Chica irgendwie einmal aktiv? Das Faxi wird gar nicht aktiv. Keine Ahnung. Was mit dem Kollegen los ist. Ich check nicht mal seine Kamera. Weißt? Null. Ich würde aber gern. Ich weiß, ob's dann schon die dritte Nacht geht. Aber ich würde dann gern nochmal rein. Ich will irgendwie versuchen, dass ich Faxi triggern kann. Irgendeine Art und Weise. Machen wir kurz hier zu. Klunk. Äh, wir sind das gleich 6 Uhr. Ich seh' nichts mehr. I'm blind. Wie Continue Night 3. Also ich hab aber was. Ah. Okay. There we go. Okay. Aber ich will nur schauen, ob ich irgendwie Faxi triggern kann. Anscheinend ist es nur der Tonight Demo gewesen. Ich würde nur gern wissen, kann ich Faxi triggern. Das wäre so das Ziel. Erst mal kurz. Ich weiß jetzt, ob das in der ersten Nacht schon möglich wäre. Ich will nur schauen. Wenn ich ein bisschen. Kann ich dich muten? Kann ich dich muten? Geht das oder geht das nischt? Nein. Ich kann dich nicht muten. Lass mich mal raus hier. Ich mein. Boah, das ist halt dunkel ohne Ende, weißt. Ob das so eine kluge Idee ist, so nah an die Anionics zu gehen. Kann ich denn so provozieren? Ich weiß es nicht. Wir müssen es mal austesten. Interessant ist, dass die Nacht nicht mehr startet. Die Nacht startet nicht mal. Wir haben es immer noch Mitternacht. Also der labert einfach vor sich hin, weißt. Voll die Labertasche geworden. Kann ich oder kann ich nicht? Ich weiß ja nicht, ob da in der ersten Nacht irgendwas passiert. Ich mein, ich kann durch die Location spazieren. Ich kann wahrscheinlich auch in den Parts-and-Service-Room gehen. Solange die Nacht nicht startet, kann es ja wurscht sein. Achtung, Chipsky, ja! Nö. Anscheinend nicht. Das war auch mal in einem Spiel so. In einem FNAF-Remake. Dass Endo aktiv wird. Weiß nicht sogar, wenn du dich unter dem Tisch versteckst oder so. Ich kann mir, ich kann mir nicht mal, ich kann nicht mal kriechen. Boah, wie lange labert denn der? Jaja, ich will, ich denke, ich kann wahrscheinlich auch keinen Animatronic triggern gerade im Moment. Es muss erst richtig anfangen. Dann kann ich wahrscheinlich triggern. Also ich vermute. Schön, dass man unseren Charakter sehen, weißt. Zwar ein bisschen unscharf, aber wir erkennen ihn. Boah. Ganz vergessen, dass er so lang labert. Ich habe ja noch nie in der ersten Nacht mal aufpasst, bis der Strom rausgeht. Habe ich noch nie aufgepasst. Könnte man ja mal, könnte man ja mal machen. Aber es wird lange dauern. Du könntest wahrscheinlich auch vielleicht 30% runterkommen und die Nacht hat nur nicht mal angefangen, weißt. Ich will ja nur noch Faxi-Trigger. Ich will ja nur warten, bis er mal gelabert hat, bis die Zeit anfängt und dann geht's los. Aber ich vermute, dass einfach nur die Türen aufgehen und du dich halt nicht mehr verteidigen kannst, in diesem Sinne. Der labert halt ohne Ende, weißt. Das ist das... Das kannst du nicht skippen. Ich weiß ja nicht... Nee. Egal, welche Tasten ich drücke, egal, welche hier drauf drücke, der hört sich das Labern auf. Er hört das Labern nicht auf. Und das ist das Nervige. Ja, ja, bla bla. Siehst du mal. Guckst du mal. Es geht schnell runter. Und jetzt beginnt die Zeit erst. Oder auch gar... Ja. Jetzt beginnt die Zeit erst, weißt. Jetzt beginnt das Ganze erst. So. Gehen wir mal zur Faxi. Jumpscare. Okay, leider nicht. Leider nicht. Okay, das ging jetzt gleich schneller als erhofft. Aber das Licht läuft noch. LOL. Das Licht geht aber noch. Komm, Freddy. Okay, anscheinend... Passiert gar nichts. Lass es gut sein. Wenn ich hier klick, gibt's auch noch ein bisschen Fnaf. Ich wünsche einen schönen Tag. Und seht ihr im nächsten Video wieder. Macht's gut.